Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, etwas das brennt, anzunehmen bei Nizian Goldmine in Diefenheim an dieser Stelle. Vor Quest war Explosive Verbundmasse. Wir brauchen jetzt das brennende Herz. Schauen wir mal, wie wir es bekommen. Wir haben hier auch ein Quest Item bekommen, das sollen wir benutzen. Ich mache hier jetzt mal ein bisschen Platz. Was steht dabei? Benutzen. Benutzt Goldmines Feuertotem neben einer der Lava Pfützen am Blutpfad. Aha, das sind also Lava Pfützen. Ich dachte, das ist Blut. Quest Item ist auch im Inventar. Und man muss anscheinend in diese Lava Pfütze hineinlaufen, damit man das Quest Item benutzen kann. Wie es aussieht, tut jetzt der Typ hier ein bisschen labern und dann dürfen wir ihn besiegen. Aus der Feuerfläche hinauslaufen. Erledigt und jetzt Looten, ganz wichtig. Schon haben wir dieses Herz. War doch ziemlich einfach, finde ich. Quest ist abzugeben bei Nizian Goldmine in Diefenheim an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao. Ciao.